Und zur Anregung der Fantasie hier, Attack on America, aus kolonialistischer Sicht, Big Ben, House of Parliament, Westminster Abbey. Ja. In der Demokratie fordert vom Staat kommunikative Aufklärung der Bürger als Ergänzung zur Information durch Markt, Bürokratien und informelles Selbstlernen. Nur im Bewusstsein von Wissen und Wissenslücken können freie Bürger im Konflikt die innen- und außenpolitischen Kompromisse zwischen Eigensinn, Recht, Moral und Staatsräson treffen. Und die Zersetzungskräfte im Untertanen- und Herrschaftsspiel balancieren. Das ist aus dem Januarheft 2002, 10 Jahre später, 2012, hier veröffentlicht auf YouTube. 15 Notizen zu Attack on America, noch immer der Staatsräson. Danke für das Interesse. Mit dem Februar, Herbst geht es weiter.